China, dieses Herrschaftssystem droht uns allen, Ausrufezeichen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war China ein völlig verarmter und technologisch rückständiger Agrarstaat. Innerhalb von nur ca. 30 Jahren ist es jetzt im Begriff, wirtschaftlich, technologisch und auch militärisch zu einer weltweiten Führungsmacht aufzusteigen. 30 Jahre, Digi, wie haben die das gemacht, Bro? Rothschild, Rockefeller und den Skull and Bones. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt China, dieses Herrschaftssystem droht uns allen, Ausrufezeichen. Oh shit. Ich bin gespannt. Wir gehen ja langsam in die Richtung. Seit 2020 QR-Code scannen, wenn du nicht geimpft bist, ist hier und da, bla bla bla. Da habe ich das Gefühl, dass wir immer mehr in diese Kontrollrichtung reingehen und dass die irgendwie daran arbeiten, dass wir alle so Zustände haben wie in China, was natürlich nicht nice ist. Ich bin gespannt, wie das hier erklärt wird und was da genau erzählt wird. Wir gehen rein in den Laden. Daumen nach oben da, lass ein Kommentarchen schreiben und den Kanal abonnieren. Ich liebe euch. Los geht's. Noch vor wenigen Jahrzehnten war China ein völlig verarmter und technologisch rückständiger Agrarstaat. Das ist krass, wenn du überlegst, Bro. Innerhalb von nur ca. 30 Jahren ist es jetzt im Begriff, wirtschaftlich, technologisch und auch militärisch zu einer weltweiten Führungsmacht aufzusteigen. 30 Jahre, Digi. Wie haben die das gemacht, Bro? Um diesen kometenhaften Aufstieg der Volksrepublik China richtig einordnen zu können, ist es wichtig, deren Entstehung und Entwicklung näher zu betrachten. Was nämlich in den offiziellen Geschichtsbüchern und auch den Mainstream-Medien über die Geschichte der Volksrepublik China nicht zu lesen ist, wäre, dass sie laut namhaften investigativen Journalisten untrennbar mit drei Namen verbunden ist. Rothschild, Rockefeller und den Skull & Bones. What the fuck, Bro? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Also, Freunde, das ist das Stichwort für die Aluhütchen, meine lieben Freunde. Aluhüte raus, aufsetzen und los. Aber die Cossacks sind ja fast überall mit involviert, also eigentlich überrascht es einen auch nicht, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, was die Rothschilds, Rothschilds, Rothschilds mit China zu tun haben, Bro. Dass China als Instrument der neuen Weltordnung gezielt aufgebaut wurde. Ah, als Instrument der neuen Weltordnung gezielt aufgebaut. Vielleicht ist es ja deswegen so, dass in China diese ganzen Maßnahmen auch, zum Beispiel jetzt, ich nehme gerne den Corona-Vergleich auch mit den QR-Code-Scannen und auch was die schon haben mit den 15-Minuten-Stätten und alles überwachen und überall Kameras und Social-Score-System und digitale Kryptowährung. Die ganzen Sachen, die bei uns auch alle eingeführt werden sollen, sollen in China schon immer deutlich früher eingeführt werden. Also, das macht für mich irgendwo Sinn, ja? ...einen Vorschatten des geplanten Welten... Dann nennt mich ruhig ein Querdenker und Schwurbler, Digga. ...Herschaftssystems darstellt. Erstens. Blick auf die Strippenzieher im Hintergrund. Skull & Bones ist eine sehr mächtige, okkulte US-amerikanische Geheimorganisation, die auf Veranlassung von Lord Rothschild gegründet und von Rockefeller und anderen Wall-Street-Bankern finanziert wurde. Welche Uni ist es nochmal, Skull & Bones? Laut Alexandra Robbins, einer US-amerikanischen Journalistin, gelang es Skull & Bones nahezu alle wichtigen wissenschaftlichen und politischen Einrichtungen sowie Finanz-, Medien- und Regierungsinstitutionen der USA zu unterwandern. Skull & Bones bildet auch den inneren Kreis des Council on Foreign Relations, CFA, der ebenfalls von Rothschild initiiert und von Rockefeller finanziert wurde. Der CFA ist die einflussreichste US-Denkfabrik des vergangenen Jahrhunderts, der zum Beispiel allein neun Präsidenten der Vereinigten Staaten stellte. Neun Präsidenten der Vereinigten Staaten, das musst du dir mal geben. Darunter auch der aktuelle US-Präsident Joe Biden. Sleepy Joe, der Maniak. Robbins kam in ihren Recherchen zu folgendem Ergebnis. Das Ziel von Skull & Bones und damit folglich auch der Rockefellers und Rothschilds ist der Aufbau einer neuen Weltordnung, in der die Freiheiten des Einzelnen beschnitten und die gesamte Macht in den Händen einer kleinen Elite vereint ist. Zweitens, die entsteht... Das nenne ich, das hört sich ein bisschen nach Alu-Talk an, wenn ich das so sagen darf. Mit dem Ziel, eine neue Weltordnung zu errichten, gründete Skull & Bones zu Beginn des 20. Jahrhunderts in China eine Reihe von Schulen und Krankenhäusern, aus der die heutige Yale-China-Association hervorgegangen ist und die als Yale in China bekannt wurde. Krass, das ist zum Beispiel sehr interessant. Ich finde es geil, das ist halt auch ein alternatives Medium in Deutschland. Die geben auch schon Gas, weil wir letztens auch darüber geredet haben, wie die alternativen Medien in Amerika aussehen. Es ist natürlich deutlich größer, deutlich spannender, deutlich mehr Gehör auch für da. Aber wer weiß, wie das in Deutschland in den nächsten Jahren weitergeht, weißt du? Hoffnung stirbt zuletzt. Finanziert wurde sie von Rothschild und später von der Rockefeller Stiftung. Dieses vermeintlich wohltätige Werk verfolgte im Hintergrund jedoch völlig andere Ziele. Jonathan Spence, Professor für chinesische Geschichte, war der erste, der die engen Verbindungen zwischen Mao und Yale entdeckte. Im Jahr 1972 schließlich berichtete die Zeitung Yale Daily News hierzu folgendes. Yale hat vielen jungen Männern bei ihrem politischen Aufstieg zur Macht geholfen. In der Klasse von 1919 half Yale in China zusätzlich zu den tausend männlichen Führern einem jungen Mann mit dem Namen Mao Zetong. Krass. Heftig. Und angeblich sind ja die Amerikaner und die Chinesen im Heftigen, also die mögen sich ja gar nicht, ne? Und? Ohne Yales Unterstützung wäre Mao Zetong nie von der Unbekanntheit zur Macht aufgestiegen. Der investigative Journalist Alexander Schnaf kam deshalb bei seinen Recherchen zu dem Schluss, dass Yale in China offenbar insgeheim auf das Entstehen des kommunistischen Staates hinarbeitete. Bezeichnet. Wenn das mal in der ARD ausgestrahlt werden würde, uff. Haha. Das hat aber diese Vibes, ne? So ein bisschen, finde ich. Die Stimme von ihr auch und so. Das hat schon diese ARD-Vibes. Für ihr Halt Alman-Vibes so ein bisschen. Einfluss und ihr subtiles Vorgehen ist unter anderem auch das Eingreifen von Skull & Bones im chinesischen Bürgerkrieg, in dem die nationalistische Kuomintang und die kommunistische Partei Chinas unter Mao Zetong um die politische Führung Chinas kämpften. Der Konflikt endete mit dem Sieg der Kommunisten über die Kuomintang. Dieser Sieg wurde laut dem Wissenschaftler und Historiker Anthony Sutton vor allem dadurch errungen, dass der US-General und Freimaurer George C. Marshall die nationalistischen Streitkräfte, die sie anfänglich unterstützten, still und heimlich entwaffnete, indem er 1946 die Munitionslieferungen an sie einstellte. Der Vorgesetzte von Marshall war Kriegsminister Henry L. Stimson, ein Mitglied von Skull & Bones. Die nachfolgenden fast 30 Jahre Regierungszeit von Mao Zetong über China entwickelte sich dann zu einer Schreckensherrschaft ohnegleichen. Mit politischen Kampagnen wie dem großen Sprung nach vorn und der Kulturrevolution erzwang Mao mit Gewalt eine Umgestaltung von Chinas Wirtschaft und Gesellschaft. Die Kulturrevolution hatte das Ziel, die alten Sitten, Denkweisen, Gewohnheiten, ja die chinesische Kultur zu zerstören und richtete sich vor allem gegen die älteren und gebildeteren Schichten Chinas, was zwei bis fünf Millionen Menschen das Leben kostete. Fuck that shit bro. Und die chinesische Kultur war ja richtig heftig. Auch was diese ganzen Heilungsgeschichten angeht. Die Chinesen waren damals auch ein sehr naturverbundenes Volk, die auch früher sehr lange gelebt haben und einfach gesunde Menschen waren und auch sehr viel Wissen haben, was Medizin und Gesundheit angeht. Durch den großen Sprung nach vorn sollte der Rückstand zu den westlichen Industrieländern aufgeholt und die Übergangsperiode zum Kommunismus verkotzt werden. Trotz der dadurch ausgelösten großen Hungersnot setzte Mao seine Ziele mit eiserner Faust durch. Doch laut Alexander Schnaf waren die dabei angewandten Unterdrückungsmethoden in ihrer Brutalität geradezu beispiellos. Haben die nicht auch eine Zeit lang nicht mehr erlaubt, dass man mehr Kinder bekommt als ein oder zwei und den Rest haben die getötet, bro? Irgendwie sowas habe ich mal gehört damals. Kritiker wurden unnachgiebig verfolgt und tausende systematisch gefoltert und ermordet. Sogar Kinder seien getötet, zerkleinert und als Düngemittel verwendet worden. Ach du Scheiße. Der niederländische Historiker Frank Diekötter geht allein während der großen chinesischen Hungersnot von mindestens... Ein Kind-Politik, ja, ne? Da gab's mal eine Zeit. ...von 40 Millionen Toten aus. Insgesamt kostete das totalitäre und unmenschliche Vorgehen Maus laut Schätzungen von Wissenschaftlern bis zu 80 Millionen Menschen. Wir können froh sein, dass wir nicht in solchen Ländern leben, wo sowas auch niemanden wirklich interessieren würde, so weißt du? Irgendwie. Weil ich hab das Gefühl, bei uns müssen die diese ganzen Sachen durch die Hintertür machen, so. Müssen die halt gucken, dass dann so ein Virus um die Ecke kommt und dass wir dann langsam, langsam die Menschen in diese Sklaverei reintreiben und in diese totale Kontrolle und in diesen Faschismus mehr oder weniger, so weißt du? Also, es geht halt bei uns nicht so, dass die das so offensichtlich machen, also offensichtlich je nach Perspektive oder je nach Perspektive, ja, aber es geht halt nicht so... Also, die können das nicht so machen, wie die es in China gemacht haben bei uns. Wird nicht funktionieren. Bei uns ist das ein Step-by-Step-Thema, was halt langsam, langsam in diese Richtung reingeht. Warum? Ja. Weil wir halt auf Demokratie machen und Freiheit und jeder darf sich so ausleben, wie er das möchte und so. Also, diese Zensur und diese ganzen Sachen kommen ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Gesetzen und dann werden irgendwelche andere Sachen vorgeschoben, warum das jetzt getan wird. Aber am Ende ist das Ziel eigentlich, genau so zu sein oder wenigstens in die Richtung zu tendieren, wie China das aktuell macht. Leben. Die Politik Maos war simpel. Wer sich nicht an die Regeln hielt... Die könnten aber mit Gewalt einfach... Ja, das meine ich ja, das... Glaube ich, würden die nicht tun. Also, das würde bei uns nicht so weit kommen, dass zum Beispiel, wenn du eine andere... Ich sag das jetzt so einfach, aber... Ich sag's jetzt einfach mal so, aber ich glaube nicht, dass es bei uns so weit kommen wird, dass du wegen einer anderen Meinung getötet wirst. Weißt du? Ich hoffe es. Ich hoffe es auf jeden Fall, Alter. ...wurde ermordet. Erschreckend ist dazu die völlig andere Sichtweise David Rockefellers. Diese totale Kontrolle und Unterdrückung des Volkes nannte er ein soziales Experiment. Rockefeller wörtlich? Das soziale Experiment in China unter der Führung des Vorsitzenden Mao ist eines der wichtigsten und erfolgreichsten in der Geschichte der Menschheit. Ach du Scheiße, das hat der Rockefeller... Experimente, meine lieben Freunde. Das soziale Experiment in China. Der Umgang mit der Corona-Geschichte war meiner Meinung nach auch ein soziales Experiment, Bro. Hört sich hart an, ist aber so. Und ich glaube, es werden die ganze Zeit soziale Experimente mit uns gemacht. Überall auf der ganzen Welt. In verschiedene Richtungen so. Weißt du? Und das ist halt, wir sind ein Projekt geworden, wir sind ein Experiment geworden. Man verabreicht uns irgendwelche Medikamente, die nicht getestet wurden, um zu gucken, okay, was passiert, was kann passieren. Wie sieht das aus, Digga? Und das macht man mit einem Großteil der Gesellschaft. In Massen. Millionen, Milliarden Höhe. Das musst du hier mal reinziehen. Wir sind so weit gekommen. Wenn man die Ziele, die die Rockefeller-Stiftung in China verfolgte, so bekommt diese Aussage ein enormes Gewicht. Laut den investigativen Journalisten Alexander Schnaff Stiftung China als riesiges Labor, in dem erforscht wurde, wie sich eine Gesellschaft am besten kontrollieren und verwalten lässt, um dies dann weltweit wiederholen zu können. Dass Rockefeller die Verbrechen Maos lobte, lässt darauf schließen, dass Mao offensichtlich seine Erwartungen erfüllt hatte und dieses soziale Experiment zur vollsten Zufriedenheit Rockefellers abgeschlossen hatte. Wie wir beim nächsten Punkt sehen, war dies jedoch nur der erste Schachzug von Rockefeller, Rothschild und Co. Nach Mao bestimmte Deng Xiaoping bis 1997 faktisch die Geschicke Chinas. Er ging in die Geschichte als der große Reformer ein, der die Öffnung Chinas und seinen Aufstieg zur Wirtschafts- und Weltmacht einleitete. Doch auch dies geschah nicht einfach so und war kein Wirtschaftswunder. Startschuss für diese Entwicklung war das von Henry Kissinger 1972 orchestrierte Treffen von US-Präsident Nixon und Mao Zedong. Unter dem Vorwand, dass China als Gegengewicht zur UDSSR aufgebaut werden müsse, floss ab da Geld und westliche Technologie nach China. Was dessen... Krass, als Gegengewicht zur UDSSR aufgebaut werden. Guck mal, was da alles passiert im Hintergrund. Also ich weiß jetzt nicht, was für Quellen die das fußen so. Also ich höre mir das einfach mal an und glaube das mal so, wie er das jetzt gerade sagt. Erstmal jetzt nur für das Video. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass solche Dinge passieren. Wir müssen hier irgendwas als Gegengewicht aufbauen. Genauso wie die CIA auch die Taliban aufgebaut hat. Da will ja auch keiner mehr drüber reden, aber es ist so. Es ist so. Und das ist schon überall. Das ist schon in verschiedenen Regionen passiert, um einen Putsch zu starten. Dass gewisse, irgendwelche Dinge aufgebaut wurden, irgendwelche Organisationen aufgebaut wurden, damit die dann für Amerika auch irgendwelche gewissen Dinge tun. Und später waren das dann die Terroristen, die bekämpft werden müssen. So weißt du. Also, es ist crazy. Aufstieg eindeutete. Nun muss man wissen, dass Nixon und Kissinger Mitglied des CFA waren. Iran und Irak beide gleichzeitig bewaffnet. Beziehungsweise sind. Und dass Kissinger zudem eng mit den Rothschilds und Rockefellers verbunden ist. Dementsprechend machten diese all ihren Einfluss geltend, um einerseits Chinas Aufstieg zu fördern und gleichzeitig ihre Vormachtstellung in China zu festigen. Rothschild übernahm 1982 die Kontrolle über die Zentralbank von China und damit über dessen Geldpolitik. Die Kontrolle über die Zentralbank von China, 1982. Wie kann man das verifizieren, Digga? Weißt du, wie ich meine? Ja, das kannst du nicht. China holt auf kurzfristig Krediteffekt. Kannst du nicht. Das kann man halt nicht verifizieren, Bro. Weißt du, was ich meine? Das ist halt schwierig. Sind die Rothschilds Deutsche? Rothschild ist der Name einer jüdischen Familie, deren Stammreihe sich in Deutschland ab 1500 urkundlich belegen lässt. Krass. Naja, Digga. Was soll ich dir sagen? Also, ob die jetzt 1982 da wirklich in Eingriff genommen haben, weißt du nicht, Digga. Rockefellers Chase Manhattan Bank wurde offizieller Vertreter der Bank of China in den USA und öffnete die Schleusen für den Zustrom von Geld nach China. Dieses Geld floss im großen Ausmaß in die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Doch haben die. Wie geht das? Wie kann ich mir das reinziehen? Wo kann ich mir da was reinziehen zu? Nichts glauben kann auch nicht die Lösung sein, Leon. Ja, Bro, aber ich werde doch nicht jetzt irgendeinem Video vertrauen. Deswegen, äh, was soll ich dir sagen, Bro? Ich glaube nicht, solange ich nicht irgendwelche Beweise habe, die sich so anfühlen, als ob sie wahr sind. ...wodurch das westliche Know-how nach China abwanderte. Die Konzerne, die sich auf diese Weise in China engagierten, sind ebenso zum großen Teil eng mit dem CFR verbunden. Es sind die sogenannten Fortune 500-Unternehmen, wie zum Beispiel Ford, General Motors, IBM und Microsoft. Von diesen ließen sich 157 in China nieder, 53 sogar mit ihrem Hauptsitz. Krass. Zu dieser Entwicklung schrieb der... Also, für mich macht's trotzdem Sinn, ne? Also, was hier... Gerade die Anfangsprämisse, warum das Video gemacht wurde, das erklärt mir, warum ich so das komische Gefühl habe, dass wir immer mehr in diese Richtung tendieren, dass wir immer mehr werden wie China und China immer mehr Macht bekommt, so. Da muss ja einen Plan dahinter stecken, so, weißt du. Und das macht schon Sinn für mich. Ich wollte halt nur mal gucken, ob man das auch irgendwie verifizieren kann, was hier erzählt wird, so die Einzelheiten. ...wissenschaftler Prof. Dr. Anthony Sutton vom Hoover-Institut an der Stanford-Universität bereits 1986 folgendes. Um das Jahr 2000 herum wird das kommunistische China eine Supermacht sein, die mit amerikanischer Technologie und Fachwissen aufgebaut wurde. Aufgebaut durch Rothschild, Rockefeller und Skull & Bones. Viertens. China, ein verlässliches Werkzeug der Globalisten. Da sowohl Rothschild als auch Rockefeller tief in die Freimauerei verstrickt sind, ist es wenig verwunderlich, dass dies auch in China seine Spuren hinterlassen hat. Durch Enthüllungen wie zum... Ja, kommen echt Leute rein und die fragen mich, Team Israel oder Team Palästina, Bro. Also ihr habt irgendwas nicht richtig verstanden, ich schwör's dir. Das ist genau das, was die Leute wieder wollen. Das ist genau das, was die wollen. Noch mehr Spaltung. Noch mehr Trennung. Bist du Team das oder Team das? Bist du Team geimpft oder bist du Team ungeimpft? Bist du Team Ukraine oder bist du Team Russland? Bist du Team, weiß ich nicht, Feminismus oder bist du Team maskulin? Bist du Team LGBTQ oder bist du Team normal? Der musste sein, sorry. Das ist genau das, was die machen wollen, dass ihr das nicht checkt, weißt du, was ich meine? Es gibt kein Team, Bruder. Ich bin Team Mensch, Bro. Team Liebe, Team Aufklärung, Team Zusammenhalt. Team Fick die Propaganda. So. Team Anti-Establishment, Marfucker. Das Spiel des italienischen Hochgrad-Freimauers Choele Magaldi ist bekannt, dass Deng Xiaoping in die Freimauerei eingeweiht und Mitglied der Urloge Three Eyes wurde. Diese war von David Rockefeller, Henry... David Rockefeller, guck mal, der sieht schon aus wie der Teufel. ...und dem US-Sicherheitsberater und eiskalt kalkulierenden Drahtzieher Spikniew Brischinski gegründet worden und war lange Zeit die mächtigste und weltweit tonangebende Urloge. Deng Xiaoping, wiederum weite andere Spitzenfunktionäre der Kommunistischen Partei Chinas in die Freimaurerei ein. Dies hatte zur Folge, dass laut Joeli Magaldi seit 1980 sämtliche Parteivorsitzende, so auch der aktuelle Staatspräsident von China, Xi Jinping, Mitglieder der Urlogen sind, in denen die Hochgrad-Freimaurer organisiert sind. Auch sie verfolgen die Errichtung einer eine Weltregierung, womit Rothschild und Rockefeller sicherstellten, dass China ein verlässliches Werkzeug ihrer globalistischen Pläne blieb. Fünftens. China ist aber nicht nur irgendein Werkzeug, sondern entwickelte sich mehr und mehr zur Speerspitze der Rothschilds, Rockefellers und Skull & Bones, die offensichtlich eine neue Weltordnung der totalen Kontrolle und Überwachung anstreben. Hierzu einige Beispiele. Mit seiner harten Lockdown-Politik während der Corona-Krise war China ganz wesentlich daran beteiligt, die Weltwirtschaft zum Einbruch zu bringen, um so für einige wenige superreiche, gigantische Profite zu generieren. Zusammen... Krasse Scheiße, Bro. ...ist China der große Unterstützer, um ein neues weltweites Finanz- und Währungssystem unter Kontrolle des... Und wo ist der Virus hergekommen, meine lieben Freunde? Dreimal dürft ihr raten. Wo ist er hergekommen, der Virus? Alter, das macht schon ein bisschen Sinn, Digga. ...WF zu errichten. China ist sowohl bei der Bargeldabschaffung als auch bei der Einführung der digitalen Zentralbankwährung, CBDC, weltweit führend. Es steht damit an der Spitze... Ja, Digga, das ist schon sehr verdächtig, Bro. ...2. Projektes, welches die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, koordiniert und finanziert. China ist mit seinem Sozialkreditsystem Pionier und Vorbild für den von Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum angestrebten Great Reset. So, Digga, ich schwör's dir, das ist das große Vorbild. Da möchten die hin. Dieses System ist ein Massenüberwachungssystem mit Hilfe künstlicher Intelligenz und damit die Perfektionierung des von Mao errichteten Zwangsherrschaftssystems. Das Verhalten und die Vertrauenswürdigkeit jedes Einzelnen, aber auch von Unternehmen und Organisationen wird dabei ständig überwacht und bewertet. Indem Wohlverhalten im Sinne der Regierenden belohnt und jedes Fehlverhalten wiederum bestraft wird, erzwingt es ein hundertprozentiges Funktionieren jedes Einzelnen im Sinne der Herrschenden. Digga, stell dir vor, man, wir sind nicht weit weg davon, ne, meine lieben Freunde, sag ich dir so, wie es ist, Bro. Wir sind nicht weit weg davon, dass wir alle irgendwann so einen Score haben. Das ist crazy. Ich weiß, für viele Leute ist es eine Verschwörungstheorie und so, aber es wäre auch eine Verschwörungstheorie gewesen, wenn ich mich zwei Jahre vor Corona hingesetzt hätte und gesagt hätte, dass wir irgendwann nur noch mit QR-Code in den Club reinkommen. Ist auch wahr geworden. Also, ich sag dir ehrlich, guck nach China, guck, was da los ist und diese Dinge werden immer mehr Step by Step auch bei uns eingeführt werden. Das ist wahr. Inzwischen wurde in Bologna in Italien bereits das erste Sozialkreditsystem Europas eingeführt. Guckst du dir an? Und auch die EU-Kommission bereitet bereits die Einführung dieses Kontroll- und Erziehungssystems vor. Somit deutet alles darauf hin, dass Rockefeller, Rothschild und Co. nach ihrem erfolgreichen Sozialexperiment in China dieses nur auf die ganze Welt übertragen wollen, um so die Grundlage für eine Weltdiktatur zu legen. Beim Sommer Davos 2023 des World Economic Forum deutete Chinas Premierminister Li Qiang auch an, dass dies geschehen soll. Er betonte, dass Sicherheit als wichtigstes Thema in der Hierarchie der Prioritäten eingestuft werden müsse. Diese Sicherheit, Digga. Das ist das, wie sie es uns verkaufen werden. Chaos, 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 Chaos. Bericht erstatten, dass alles böse ist und überall Stechereien sind und alles wild ist und dann Sicherheit. Soziales Punktesystem, CBDC einführen. Wir müssen euch hundertprozentig kontrollieren, wenn ihr noch sicher sein wollt. Und es ist halt so. Sicherheit und Freiheit ist ein Widerspruch. Mehr Sicherheit bedeutet automatisch weniger Freiheit. Du kannst nicht mehr Sicherheit haben mit gleich viel Freiheit. Es geht nicht. Und das wird die Tür sein. Das ist die Tür. Die Sicherheitstür wird es sein. Wie bei Corona schon. Wie beim Klimawandel und wie auch bei allen anderen Themen. Sicherheit wird die Tür sein. Deswegen bin ich in Mexiko. Hier ist nichts sicher. Aber wenigstens bin ich frei. Der Vater des Great Resets. Folgenden aufschlussreichen Ausspruch, als er vor Li Qiang die Errungenschaften der kommunistischen Partei Chinas lobte. Wir sind begierig darauf, von ihrer Vision über China und die Welt zu lernen. Ist es Zufall, dass die Menschen durch politisch und medial systematisch geschürte Angst verführt werden, immer tiefer gehende Eingriffe des Staates zu akzeptieren? Ist es nicht die Angst vor Corona, Terrorismus, der drohenden Umwelt- und Klimakatastrophe usw., durch die Schritt für Schritt die Errungenschaften unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft aufgegeben und gegen eine scheinbare Sicherheit eingetauscht werden? Safe, Bro. Safe. Bro. Soll uns jetzt das geplante CO2-Sozialkreditsystem der EU auf diese Weise untergeschoben werden? Die Pläne dieser kleinen Elite, die im Hintergrund heimtückisch die Geschicke der Welt lenkt und jetzt ihr Sozialkreditsystem weltweit aufrichten will, müssen gestoppt werden. Helfen Sie mit und verbreiten Sie diese Sendung. Wollen Sie zudem als ehrenamtlicher Mitwirker für klar.tv selber dazu beitragen, solches Unrecht aufzudecken? Dann melden Sie sich unter www.klar.tv. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Klar.tv with in man, Alter. Waren das nicht auch die Jungs und Jungsinnen, die wir uns reingezogen haben, zur NASA-Geschichte, Digga? War das nicht derselbe Kanal? Ich glaube, das war der gleiche Kanal. Die machen das schon so ein bisschen auf journalistisch und auf alternative Medien. Nachrichten, meine ich. Ist nicht schlecht, Digga. Ist cool. Feier ich. Liebe geht raus auf jeden Fall. Schreibt eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace, Eutchen. nicht ordnen.